Hier haben wir ein Spielcasino und hier kann man sich über die App, kann man sich das Geld aufladen lassen und kann über die App spielen. 10 Euro draufladen und dann gibt es noch was dazu. Und man bekommt noch ein Getränk dazu. Das ist natürlich Sascha. Ein 6 Aperol haben wir jetzt gedacht. Der Matthias zuckt schon. Guck mal die Hände. Der kann schon seine Hände gar nichts mehr ruhig halten. Der Matthias, guck mal wie der schon zuckt, der Matthias. Christel, Christel, bloß. Heute Abend dürfen wir da herunten nicht mehr hingehen.